Hey Freunde und willkommen zur ersten Folge Plants vs. Zombies mit dem Quantum und mir. Hallöchen. Ja, Plants vs. Zombies. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr darauf gefreut, weil ich die alten Teile sehr gerne gespielt habe. Du gar nicht. Ja, wieso musst du das so erwähnen? Ist das ein Vorwurf? Nein, nein, ich wollte nur sagen, weil du ein Pflanzenfreund bist, deswegen möchtest du dieses Spiel spielen. Ich habe Gummibäume hier. Richtig. Das stimmt. Künstliche Pflanzen habe ich hier. Ich habe eine Pflanze hier stehen, das will ich mal an der Stelle erzählen, die länger als eine Woche lebt. Ich bin richtig stolz drauf. Die erfüllt mich mit Stolz. Irgendwann wird sie mir danken. So, bist du da? Ich bin nämlich schon da. Ich bin hier. Was nimmst du? Ich bin die Kacktee. Ich nehme die fröhliche Sonnenblume, die gefällt mir. Ich habe schon den Hut aufgesetzt für sie, dieses Krankenwagenzeichen. Ich habe ein schickes Tattoo, ein Kampfmuster. So, folgendes. Wir müssen jetzt einen Garten suchen. Hier gibt es drei Stück, wir können es aussuchen. Wir haben schon eben eine Testaufnahme gemacht, ein bisschen geguckt, wie es so abgeht. Und ja, wir entscheiden uns für diesen Garten, weil wir den kennen. Bist du hier? Weil wir voll abgehen, so oder so? Richtig, richtig. Wo bist du denn jetzt? Ach, ja. Ich bin hier drüben. Seht euch mal hier diesen... Hör auf damit! Diese Reggie-Sonnenblume. Reggie. Du hast aber den großen Mund. Das sieht aus, als würdest du sehr gut damit Blöte spielen können. Ich werde die Zombies wegblöten. So, pass auf. Lass uns mal den Garten pflanzen, ganz schnell. So, schnell weg von diesem Thema. Genau, hier haben wir jetzt Toppflanzen und dort können wir Sachen platzieren. Mg-Erbse. Ach, du hast da schon was platziert. Moment. Entschuldigung. Das ist meine. Ich gehe da nach vorne. Ja. So. Und wir haben jetzt auch hier spezielle Fähigkeiten. Ich habe hier auf 1 und 3 zum Beispiel zwei Fähigkeiten, die ich freigeschaltet habe. Was hast du auf 1 und 2? 1 ist dieses Herz, das ist mein Strahl, der geht genau in deinen Flöten. Genau, genau. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich... Ja, es ist leider so. Du kannst mich mit deinem Strahl heilen. Egal, wie du das klingst. Das stimmt. Mein Strahl ist ein besonderer Strahl. Zack. Hier erstmal alles platzieren. Ja, die erste Welle kommt, mein Lieber. Das ist die perfekte Welle. Kann ich hier... Oh, ich kann hier... Oh. Oh. Glitschst du dich jetzt hier raus? Warte mal, hier gibt es irgendwo noch mehr Topfpflanzen. Da. Erstmal alles platzieren hier. Ich weiß gar nicht, was die genau machen. Zack. Da geht es los. Glatte Kopfschüsse. Bam. Oh Gott, und wir sind Explosions. Wow, sind das deine Kartoffelminen? Genau, meine Kartoffelminen. Die sind geil. Okay. Aber die hast nur... Du, diese Pflanze hat das wahrscheinlich. Oder jede Pflanze hat 10.000 verschiedene andere. Ja, anscheinend drei Fähigkeiten, ne? Oder drei. Ja, ja. Die ist fast 10.000. War es halt schlecht in Mathe. Das kann man an der Stelle zugeben. Kann ich rechnen und spielen? Hallo? Nee, nee. Nee, nee, nee. So, ich weiß nicht. Ich habe hier so eine komische Pflanze. Gibt Dingsbums. Und keine Ahnung, was die macht. Vielleicht heilt die uns oder so. Die Zombies sind aus, als wenn sie alle betrunken. So wie sie herumschlendern. Ja. Das ist der perfekte Spot hier. Die können mir ja gar nichts tun. Na gut. Achso, es gibt ja verschiedene Wellen. Verschiedene Zombies. Richtig. Und die werden dann auch von Welle zu Welle immer stärker und stärker. So wie wir? Ich hoffe doch. Ach, ja genau, genau. Warte mal. Hier, meine Erdnussflips. Wat? Da, 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 da. Wieso kannst du Erdnussflips auch machen? Achso, das ist das, was ich auf 1 habe, ist bei dir diese Erdnussflips, oder? Richtig. Die glückliche Familie, die jetzt gegessen wird. Die schauen auch nicht sehr glücklich aus, muss ich sagen. Ist mir egal. Wir sterben für den Krieg. So. Tut mir leid, dieses Spiel ist einfach so brutal. Kritischer Abschuss. So sieht es nämlich aus. Motherf... Zack. Pflanze, Motherf... Pflanze, willst du sagen? Motherf... Pflanze, Pak Choi, Heilblume. Ach, ein Ding. Feuererbskanone, die will ich mal. Ah, die habe ich nicht. Gut, Bambuswumme. Gib mir das. Nimm sie. Und tu deine Pflicht. Was macht sie? Was macht sie? Wow. Was hast du da? Guck dir das an. Das Ganze läuft ja auch mit der Frostbite Engine, ne? War das nicht so? What? Also jetzt, ernsthaft jetzt. Das läuft hier Frostbite Engine. Die Ähnlichkeit mit Battlefield sind mir gleich aufgefallen. Ja, gleich stürzt das Haus hier ein und so. Komisch, dass wir einen Server gefunden haben. Achso, ja. Ich verstehe schon. Sie sind von EA. Sorry, ihr seid... Ich... Du hast so gesagt, wir haben schnell einen Server gefunden. Ja, absolut. Nein, ist ja alles gut. Komm mal her. Kannst du dich hier dran heilen? Ah, jetzt ist es weg. Scheiße. Wo heilen? Oh! Halte dich. Der Blume hat mich nicht angespuckt. Ich schließe diese Welle schnell ab. Okay. Ja. Ich würde dir... Ich würde es schnell abschließen. Ja, problemlos. Zack, zack. Ah, da oben steht nämlich Sprint jetzt, ne? Ah, shit, shit, shit. Wenn wir jetzt in der Zeit schaffen, die ganzen Dinger zu töten, dann bekommen wir einen Bonus. Dann lass es mal beeilen. Ja. Kein... Moment. Oh, da kommt ein etwas härterer. Der hat nämlich so ein Ding auf. Ah, das war nichts. Der hat mich ein bisschen... Ernsthaft jetzt? Ne, das war meine Kartoffelnmine. Ich hab drei Nacht... Oh, oh, pass auf. Pass auf. So steht bei dir 24, bei mir 9. Das kann ja nicht sein, dass du besser bist. Ähm, ne. Ne, das kann gar nicht sein. Wenn du bei der höhere Zahl bist, bedeutet nicht, dass du irgendwie besser, oder? Na gut, ich gebe es zu. Ich habe es... Jetzt steht... Bei mir steht immer noch... Was ist denn das für ein... Blödes Spiel! Du musst ihm Kopfschüsse geben. Kopfschüsse. Glatte Kopfschüsse. Aber dieses Kakteen-Ding ist auch echt ziemlich geil. Muss ich schon sagen. Nur Kopfschüsse zählen hier? Ähm, weiß ich gar nicht. Also als Ding... Ja, ich... Au, 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 au. Stirb! Was beschießt mich da? Meine eigene Pflanze? Oh, oh. Diese G-Erbse ist dann die beste, oder? Die lebt doch immer. Meine geht immer drauf da vorne, was ich ihm pflanze. Ja, gießt du es denn? Oder weil sie hier halt nicht... Nein. Warum? Ja. Wir brauchen Wasser. Dem hat niemand was gesagt. Nicht nur deinen komischen gelben Strahl, sondern Wasser. Der Strahl ist nicht gelb. Nein, natürlich nicht. Leicht weiß. So wie Urin, verdammt. Urin ist weiß. Ja, kommt drauf an, was man davor gegessen hat. Oh, hier oben die... Mg-Erbse. Perfekt! Das ist perfekt. Da sollte ich eigentlich ein Gartendiplom bekommen. Für diese Stadtgegen. Oh, oh. Aber ich glaube, jetzt kommen diese brutalen Gegner. Heil dich mal ganz. Da kommen die. Nee, doch nicht. Kommst du selber heilen? Ach, bei dem Ding immer noch raus. Ja, genau. Hey, 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 hey. Ding, ding, ding. Macht's. Ding, ding. So, ihr miesen Viecher. Letzte Stimmchen lag. Jetzt muss ich hier... Was macht ihr mit der Flagge? Patriotischer Zombie. Ich weiß nicht. Töt ihn einfach. Ist mir egal, was er mit der Flagge macht. Ach, hab ihn einfach rumgebracht. Auch wenn es ein Friedensangebot ist, das nehme ich einfach nicht an. Eine rote Flagge ist kein Friedensangebot. Nee, nee, nee. Weiß ich ganz genau. Ach, ich schieße meine eigene Pflanze an. Moment, ich seh jetzt nochmal bei Erdnussflips, die sich freiwillig opfern, natürlich. So, wie zahlt die Erdnussflips? Oh, shit. Ja, die heißen bestimmt so. Was hast du da nochmal freigeschalten? Einen Döner oder sowas? Die drei lachenden Döner. Das ist so eine Kung-Fu. Unser Garten. Zwiebel. Kann man sich da immer wieder heilen? Ja, ja, die spuckt immer mehr raus. Aber die Pflanzen können halt von den Zombies gefressen werden. Jetzt kratz mal ab. Wie wär's denn mit der grandiosen Idee? Ja, das Ding ist auch, ich sprenge viele mit meiner Kartoffelmine in die Luft. Deswegen haben wir auch so viele Kills. Die ist völlig overpowered. Oh ja, die wird bestimmt genervt. Die Schrotflint in Titanfall. Ach, wurde die genervt? Nein? Was hab ich? Äh, die Schrotflint wurde genervt in Titanfall, oder? Ich weiß nicht. Äh, meinst du, die ist genauso heftig. Was ist das hier? Ich hab so'n... Ja, ich hab auch so'n komisch. Slut-Maschine. Slut-Maschine? Slut-Maschine? Slut-Maschine. Fuck. Ja, das verstehe ich. Bei so'n brutalen Spielen ab 18, da kommen halt solche Wörter mal raus. Oh Gott, Quantum. Die Hälfte hat sie nicht verstanden. Ich hab mal so... Oh Gott. Guck mal, was da hinten kommt. Der ist ein Riesen-Zombie mit einem Bazooka. Hier ist auch so'n blöder... Generator oder sowas. Ach du Mama. Ach du Mama. Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Oh, wow! Die machen kaum Schaden. Ja, ich bin doch auf... Neue Fähigkeit, am nächsten Spawn. Was auch immer das bedeutet. Nein, unsere Pflanze ist tot. Unsere Heilpflanze ist tot. Nein! Heil uns! Ich bin auf... Ich bestrahle dich! Au, ich bin tot? Nein, nein, nein. Oh, oh. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ja, okay. Du musst... Du musst... Ich weiß. Ich bin auch tot. Du hast ganz YouTube jetzt enttäuscht. Oh nein. Selbstwiederbelebung. Ach guck mal, kann man machen. Oh, ach so. Ja dann. Ja dann, easy. Ja dann. Woher hab ich das? Keine Ahnung. Kam plötzlich. Cheats. Alter, der kommt zum Disco-Typ. Nein. Disco! Oh shit, ich renne auch da. Ich renne rein, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Boah, wie krass ist das denn? Warte, ich bin gleich bei dir. Okay. Ich hab mich wieder belehnt. Ich hab mich wieder belehnt. Aber ich wäre jetzt bei dir. What the mother? Alter, die ziehen voll viel ab. Soll ich mich selbst? Das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ich mach's mir selbst. Ich mach's mir selbst. Okay. Jetzt schon wieder. Hast du immer pro Spiel das? Vielleicht, oder? Oh shit. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Oh John Travolta hat's aber echt drauf, du. Ich hab nur noch 31 schon wieder. Oh Junge, oh Junge, unser Garten, unser Garten ist im Arsch. Gleich. Heil ich dich jetzt eigentlich? Nein, jetzt eigentlich schon, ja, ja. Oh Gott, das haben wir nur zu Testzwecke, deswegen haben wir uns so gespielt. Wo ist denn sein, wo ist denn seine Energie von dem Blöden? Diskotypen? Ja, der ist jetzt tot, der ist tot, der ist tot. Boah, das war eine Bosswelle. Ey, wir müssen jetzt die Pflanzen schnell pflanzen. Was war denn diese Heilpflanze? Äh, diese Donblume. Ja, ich pflanze eine. Genau. Definitiver. Oh, jetzt müssen wir aber auch irgendwie Dinger pflanzen, die Bambuswumme. Die töten. Genau. Heilige Kacke, Wandikas. Jetzt hab ich noch einen Geerbsen. Die haben uns ja richtig weggehauen, ey. Und das war erst die welche? Die fünfte Welle. Ja gut, wir spielen ja auch ultra schwer, glaub ich. Richtig, 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 weil wir brauchen ja keine Herausforderung. Weiß nicht, ob man am Anfang hat mal gesehen, dass das auf ultra schwer war, oder? Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht war auch meine Hand drüber. Ja, ich glaub, ich hab so einen Pixelfehler am Anfang des Videos gehabt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommt so ein Arzt. Was ist das, die Arztwelle? Oh shit, der hat ziemlich fall-up. Wow, 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 wow. Ich bleib bei der Heilpflanze. Ich bleib einfach da bei der Heilpflanze fertig. Direkt, direkte Injektionen, bitte. Oh, oh, kannst du unseren Garten heilen, ne? Oh, was ist das? Holy Macker! Ist er tot? Ja, ne? Sind wir tot? Ja, wir sind. Wow! Zombiejäger? Nein, imerhin. Oh, 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 ich brauch Heilung. Ich brauch Heilung. Ich brauch Heilung. Ich strahle dich. Sehr gut. Ich bin Arzt. Brauchst du noch Mutz-Mutz-Arzt? Was ist denn das für eine Fontäne hier? Ja, das ist von diesem Typen da, diesem blöden Arzt. Ist der auch Wasser? 3, 3, 3, 3, ich will 3 legen. Wow, warte. Was? 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 Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Keine Panik. Oh, 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 da drüben. Die Pflanze wurde gegessen. Machen wir hier, was machen wir hin? Ah, das ist so ein Ding. Keine Ahnung. Was habe ich denn auch noch? Immer die hier vorne sind so einsam. Was habe ich? Eiserbsenkanone? Lass mich das ansehen. Eiserbsenkanone. Oh, die ist gut. Ja, die ist ganz interessant. Okay, und do it. Oh, da hinten. Nice. Easy Baccaroni, biese. Das ist ja auch mal was Kleines hin. Was ist denn das? Ist das ein Sarg denn da? Ja, ja, ich glaube, ja, genau, die kommen aus dem Sarg raus. Ist das? Oh, 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 oh. Oh, no, oh, 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 oh. Tschschschschschschschschschschschschschschschschschschsch. Boah, machst du das? Diese Regenschauer von oben? Ich glaube, das war die Bambuswummel. Ah, okay. Oh, Mama, der hat mich angefühlt. Okay, ich muss weg hier. Wir müssen irgendwie weiter hinten auch Topfpflanzen pflanzen. So viele Pflanzen? Ja, ja. Was ist das? Oh mein Gott. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst mit dem Sarg. Da kommt einer mit dem Sarg. Ja. Der war zu blöd, um rauszusteigen. Und was ist denn mit dem Topf hier? Jesus Christ. Die essen den Topf. Oh, oh, der Garten, der Garten, der Garten. Den geht's nicht gut. Nein, 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 nein. Und wie viele Wellen haben wir noch? 20? 30? Zu viele, das weiß ich. Stimmt, ich passe aber auch nie auf, ob einer beim Garten schon steht. Genau, genau, das ist das Wichtigste eigentlich. Ja, genau. Hey, da kann man kein Ding mehr hinpflanzen. Erst nach der Runde. Oder haben die es komplett gegessen? Oh nein. Kann man das anscheinend komplett zerstören? Oh, oh. No. Das ist nicht gut. Das ist... Das ist ganz und gar nicht gut. Na gut, man muss sagen, das ist erst unsere 32. Runde. Ne, hier ist wieder was. Ne, aber jetzt geht's nach der Runde. Oh, nächste Welle kommt aber schon gleich. Oh, schnell, 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 schnell. Pack da was Gutes rein. Ich gehe da... Was ist ein Dublinator? Was Gutes. Ich habe ja gar nichts mehr davon. Was rede ich denn? Warte mal, nehmen wir mal den hier. Ich nehme die Bambuswumme. Ich glaube, das ist die, was aufspuckt. Okay, sehr gut. Die Regenschauer des grünen Todes. Welle 8, 10 Wellen, right? Genau, wir sind Welle 8. Das ist schon gut eigentlich. Das ist... Ehrlich gesagt, das ist unsere dritte Runde. Ja, dann danke fürs Zusehen. Ja, und wir sind uns dann... Wir haben gewonnen. Es gibt nur 8 Runden. Das sind jetzt noch Prozesse. Oh Gott. Ach, Early Access, ja. Genau, die nächsten Runden. Runde 9 und 10 gibt es dann als DLC. Aber der Gartner, oh Mann. Zwei Runden und der Gartenschatten mistig aus. Ja, deswegen, komm, 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 komm. Ich plant das Erdnussclips einfach, damit sie sich anstatt den Garten... Perfekt. Glaub ich. Klingt so professionell. Ja, ne? Erdnussclips um den Garten. Der Typ stirbt nicht, den müssen wir töten. Der frisst alles auf. So ein Pieselkopf. Hast du gehört, du Pieselkopf? 84, ich hab 37. Mein Weltbild bricht zusammen. Oh, diese Suiziddinger nerven. Diese kleinen roten Typen. Ich seh nur noch grün. Ich auch. Was hast du da gepflanzt, Mann? Und Shield. Counter-Strike-Noob. Zack. Hier, erstmal hier so ein Ding setzen. Esst meine Erdnussflips. Alter, wir haben neun überlebt. Sehr gut. Okay. Ah nein, jetzt kommen Bosse. Oh, oh. No, 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 ich will keine Bosse. Das ist nicht gut. Warte, wir pflanzen hier schnell was hin. Zack. Wir nehmen die Gehaltserhöhung. Überstumpen. Okay, du kümmerst dich um den Garten, ja? Ich bin hier weiter vorne. Ja, klar. Na klar. Da kommt einer mit einem Maschinengewehr. No, cheap. Oh, kacke. Und der geht nicht auf meine Kartoffelmine. Jetzt haben wir das Buster, ha? Scheiß Hacker. Wer rumfliegt? Oh, Mann. Wer schießt mich hier an? Was ist das? Ich verstehe nicht. Was ist das? What is this madness? Oh, hier ist so ein Ding. Oh, das wanschende Dixi-Clo ist unterwegs. Nein, ich lasse. Nicht explodieren, bitte. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Du musst mich heilen, du musst mich heilen, du musst mich heilen. Ah, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wo ist denn mein Kreuz? Oh, da ist ein, da ist ein, da sind Zombies bei der. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wo bist du? Ich renne weg. Ich sehe das Kreuz-Sypola hier unten. Oh, nein. Auf der Holle, ich habe geschossen. Ich bin hier. Ich bin tot. Selbst Wiederbelebung, kann ich machen. Oh, nein, wir haben keine mehr. Oh, nein. Doch. Ich habe keine mehr. Was bist du für ein Noob? Schnell, 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 schnell. Der Garten. Warte, warte, warte. Der Garten cutt ab. Warte, 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 warte. Au, au, au. Wow, ich habe nur noch 20. Das waren drei Schuss von den Typen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, was? Können wir das pflanzen? Nichts. Nee, erst nach der Welle, wenn die vorbei ist. Wir müssen noch diese beiden Typen eigentlich töten. Oh, shit. Ich habe nur noch zehn. Ein Schuss und ich bin adiosus. Adiosus? Ja. Adiosus, Slut-Maschinen. Irgendwo muss doch noch ein Topf frei sein, oder? Kann man aber dann... Erst nach der Runde. Erst nach der Runde, erst nach der Runde. Ach, überall dann. Okay, okay, okay. Genau, alles dran. Nee, da ist einer. Ich sehe einen. Ja, ich pflanze eine Heilblume hier hinten, wo ich bin. Siehst du mich? Ach, weil die Welle, weil die Welle jetzt vorbei ist. Hast du sie getötet? Äh, ja. Gnadensoll. Ja, super. Da hinten im eintesten Eck habe ich jetzt eine Heilblume. Das ist nicht so gut. Soll ich hier noch einen pflanzen? Ähm, ich pflanze da hinten schnell welche. Aber keine Heilblume. Nee, 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 nee. Hier, solche Blumen, die die aufhalten. Einfach mal. Ich kaufe einfach die Pflanzen, die am teuersten kosten. Die müssen doch gut sein. Kannst du die direkt kaufen, oder was? Ach, nee, da steht, wie oft man die pflanzen kann. Ich dachte, wie teuer die sind. Ja, nee, wie oft? Wie viele Stück? Die musst du ja dann immer wieder kaufen in diesem Pack. So, glaube ich, das. Ja. Also zehn solche Dinger kaufen, aber die kosten halt dann... Ich habe in der Slut-Maschine alle. Alle drei richtig. Ich auch. Alle Eisdinger. Siehst du die Sequenz? Ja. Das ist ja ein Zufall. Sowas gibt es nur einmal. Okay. Das ist jetzt für uns der Typ unterstützt uns, oder wie? Hoffentlich. Super-Jetie-Wild. Oh nein, gegen die kämpfen wir. Oh no. Oh no shit. Oh nein. Warte mal, lass mich hier ein paar Dinger pflanzen. Ja, sperr mich nicht ein. Nee, 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 nee. Kann ich hier drüber springen? Oh, da ist ein Yeti. Ein Yeti ist da. Da sind mehrere Yetis. Das ist die Mehrzahl. Und die tanzen so komisch. Die Mehrzahl ist tot. Ich kann doch keine Tanzen-Yetis-Typen. Wow, what the? Ist der Rollschuhe an? Ich glaube schon. Das sieht so aus. Oh mein Gott, ich kann mich überhaupt nicht mehr... Hier geht es ja rum. Der Garten ist gleich im Arsch. Ey, das kriegen wir nicht hin. Wow. Das kriegen wir nicht hin. Das ist unmöglich. Das ist die letzte, oder? Ja. Die letzte und die schlimmste Welle. Weniger Strategie war das jetzt. Das gebe ich zu. Oh, Junge. Ach, guck mal, du kannst dich fassen. Ich glaube, ich werde dauernd hier gemobbt. Ich bin tot. Oh, nein, in der Garten wurde es nicht. Oh, verdammte Mother. Aber wir sind bis Welle 10 gekommen. Ja, das sind 10 mehr, als ich dachte. Krasse Scheiße. Also, wenn ihr Tipps habt, dann schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare, was man so hier machen könnte. Oder was die besten Pflanzen sind, mit denen wir kämpfen können. Oh. Wenn es eine beste gibt, dann ist doch die overpowered. Ja, stimmt. Dann sagt uns, welche die schlechteste ist, damit wir halt eine kleine Herausforderung haben. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Wir machen noch auf jeden Fall ein paar weitere Runden. Vielleicht sind ja andere Maps cooler. Wir hätten einen anderen Garten nehmen müssen vielleicht. Vielleicht sind die besser. Ich glaube, der Garten, der Garten, die Position, ja. Ja, stimmt. Der Garten ist schuld. Ah, dieser blöde Garten. 104 Abschüsse und ich habe 42. Ja. Gut gemacht, Quantum. Wir sehen uns. Ja, die Kartoffelmine. Die Kartoffelmine hat irgendwie 50 auf einmal in die Luft gejagt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.